Der Polizeimotorrat, glaub ich. Da war das Polizeimotorrat. Das war nicht schlimm. Ein bisschen Stegozide. Das ist gut für die Pneumung, für die Lunge. Ich hab das gelernt vom Erziehen. Das ist gut. Wir müssen Leute krank machen und haben gesund. Das ist Spaß. Was ist das? Du sagst das nicht. Meine Tür. Wie denn das? Mach du. Ich muss zuhalten. Alter, die fliegt doch auf. Nein, mach, wenn wir stehen. Bitte. Bitte, du musst das Auto, bitte. Die Kerzen schicken. Das geht nicht. Ja, du musst sie erstmal ganz aufmachen an dem Griff. Wenn nicht, jetzt bitte nach außen drücke und dann erst geht das. Das ist eine fahrige Spur. Das machst du doch nicht. Fickst draußen. Nein, du fickst draußen, weil du ein bisschen leichter. Guck mal, jetzt ist das Auto. Oder immer noch, ich weiß nicht. Komm! Nimmst du nicht? Aaaaaaaaah! Bitte nicht! Du machst das nicht hier, ne? Was denn? Tja, da fliegt sowas Was ist das nicht jetzt? Was? Joa, Joa Ja So Mann Jetzt hat das ein Schwereschen nicht aufgeblüht Tja 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 Ja Wir werden krank dann Ich mag keine Klimaanlage Da wird nur noch krank Tja Von der Ja Weiß Wer? Guckt der Film? Was guckt der? Ich fahr jetzt barfuß. Barfuß? Ja, soll ich? Hä? Ich hab Adiletten noch an. Ich hab doch eh Adiletten an. Adiletten? Ja. Badelatschen. Ohne Socken. Ja, warum soll ich? Vierer Lashchuk, und die sehr viel. Das geht jetzt. Die ganze Zeit ist, oder? Die ganze Zeit? Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit, die birds. Die ganze Zeit, die Leute. Die ganze Zeit? Die Zeit, die Leute, die Leute. Was er? Ich weiß, wer es angemelt? Was? 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 Das ist wichtig. Muss ich noch ein anderes Lichtblasen machen? Warum? Ich schau dir ein! Ich hatte doch eine kleine Lichtblasen. Ich hatte keinen Schritt, aber ich hatte einen Schlüssel. Ich habe einen Schuss auf der Elke. Ich habe einen Schuss auf der Elke. Ich habe einen Schuss auf der Elke. Ich habe einen Schuss an. Was ist ein Schuss? Jetzt! Was? Ich bin nicht gut. Du bist schon 100 Kilometer! 80 Kilometer! 80 Kilometer! 80 Kilometer! Ich muss aber aufholen. Was ist das? Das ist zuerst. Du musst nicht alles, du musst nicht aufstehen. Ich schaue es mal. Ich schaue es mal. Ja. Es ist schon kalt. Nein. Der will auch schnell. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Einfach 20 Euro geben. Ich bin schnell. Ich gebe 20 Euro. Sie werden so schwer. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Ich habe die Maschine. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Das ist jetzt 12.50 Uhr. So viel? Zwei? Insgesamt 20 Euro. Der hat 12.50 Euro pro. Insgesamt noch weiter. 20 Euro im Moment. Jetzt weiß ich nicht. Du hast keine Nüsse gemacht. Kannst du dich? Natürlich. Du bist gleich mit dir. Dann kommst du dich. 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 Was? Sind die Essen zu wenig? Wann haben wir denn bezahlt? Für den Tunnel? Bezahlt? Wie? Für was? Für den Tunnel? Töte die, Alex, schnell! Hier vorne, siehst du? Töte die! Wird das gedrückt? Spaß! Was? Ey, soll ich sie töten, die lebt noch! Ich gucke! Wie? Warum ist es komisch? Ey, warum fahre ich komisch? Was? Wann? Was? Ich nicht! Ey, ich kann zufahren! So! Kann ich einen Film gucken irgendwo? Du fährst zu langsam! Ach! Du fährst zu langsam! Wie? Kann man da nicht unbegrenzt fahren? Nein! Warum nicht? Warum geht das nicht? Ich habe! Du fährst zu langsam! Du fährst zu langsam auf. Och du fährstte zu langsam. Kommand die die Das hat mich nicht im Moment komplett um. Das ist toll. Es ist ein Schlaf. Da geht es nach. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 die 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 нить Was? 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 Ja, Alex, du musst da schnitze so auf den Computer. Wie? Da, wo, wo, wacke. Da, wenn du jetzt bist, dann kannst du das. Da, wenn du da bist. 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 Von oben? Da, da, schnitze. Wenn ich gebitzt werde, dann sag ich Stefan. Was? Wenn ich gebitzt werde, dann sag ich Stefan war raus. Gott! Na hä? Du, Probezeit? Nein, falls! Kann ja passieren, so wie du. Wenn du in 60 Grad von der Luft schraubt. Ich werde Probezeit. Was schlägst du noch mal auf den Darmark? Ich werde Probezeit auf den Darmark. Ich werde Probezeit auf den Darmark. Ich werde Probezeit auf den Darmark. Faro Schnella Juuu Komm, ob ich es nicht mehr rede. Hä? Ich bin nicht mehr da. Du bist 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 nicht mehr da. Nö, aber wenn. Ich muss ja abschauen halten. Ich muss ja immer zu meinem Vordermann einen Abstand holen. Hä? Hä, warum? Ich wohne nicht. Soll ich dich überholen oder was? Warum? Das ist egal, oder? Jetzt fahre ich links. Boah, links ist auch Führer. Auf Wörterchef. Links Führer, rechts Führer. Führer, Führer. Hm? Ja. 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 Wollt's. Ich bin hier, nicht mehr. Wollt's. Wollt's. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Oh. Ich bin hier. Stange. Ich bin hier. Was? Ja. Was? Ja. Ja. A. A. Ich glaube ich auch nicht, oder? Oder? Aachen. Nein, Aachen ist... Aachen ist völlig dumm. Nein, nein, nein. A ist natürlich Augsburg, bin ich mir sicher. Aachen ist was anderes. Ich glaube, AA oder so. Kannst du auch nicht nur A. Oder AN. Aber Augsburg habe ich gesehen. Das ist natürlich nur A. Ja. Guck mal, siehst du, das ist so ein bisschen blau wegen Bayern. Siehst du? Aachen ist ja grün für NRW. Siehst du? Das ist grün hier, ne? So weiß-blau. Da bei... Das ist immer dieses kleine Plakette. Die ist blau-weiß bei ihnen. Und nicht grün. Guck, siehst du, wie bei München Bayern. Hm? Was? Das ist irgendwas. Guck mal! Das ist ja nur ein Pfund. Herkug. Nein, du? Ich taki bitte. Ich weiß nicht, dass du das wiederholen kannst! Wir müssen, wie ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich auch nicht. Also nicht, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht! Nein, einfach... Nein, einfach! Aber ich weiß nicht! Ja, ich weiß nicht! Ausdruck ist doch eine größere Stadt als Aachen heute nicht. Das ist viel größer. Aachen zwar in NRW, aber so kleine Stacheln. Also, keine Ahnung, 100.000 Einwohner vielleicht. So wie Braunschweig ist das. Oder Siegen. Das ist doch besser. Ich überhole gleich wieder. Ich gucke. Es war kein Eckerunterschied. Es ist gleich schnell. Also, wenn Ecke wie kommt, überhole ich. Aber so muss man ja nicht mehr holen. Ein bisschen Benzin sparen. Hä? He? Du kannst doch nicht nur Kucine. Das war ein Kucine. Das ist ein Kucine. Du kannst ja nicht mehr stehen. Nee, aber dann hat er mir nichts verholen. Doch? Das ist ja. Ich will nicht mehr in die Straße bewegen. Das ist das. Der Kucine ist schon bei uns. Der Kucine ist schon bei uns. Guck gleich überholt euch. Kein Unterschied, weil es eh nur Autos ist. Motorrad. Guck, rechts-links fährt genau so schnell. Ich kann es wieder nach rechts fahren. Man darf ja nicht nur links fahren. Man muss nach rechts fahren. Kennst du nicht das Rechtsfahrgebot in Deutschland? Kennst du das, ja, nein? Ich glaube nicht. Weil in Russland hat man sowas nicht. Gibt es sowas in Russland? Rechtsfahrgebot? Ja? 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 Machen wir es sehen. Wir sind ja hier in Russland. Wir sind auch hier in Russland. Wir haben hier in Russland. Wir sind in Russland. Wir sind in Russland. Wir sind in Russland. Wir sind in Russland. Das ist ein Stück für die Flussland. Das ist das, ja. Offenbar sind zu langweilig, ich muss den Furtraum jetzt durch die Fuhr gefahren. Leise bleiben! Leise! Schlebe! Soll ich eine Feuerwehr machen? Wer ist hinter uns? Mia-Länder? Engländer? Engländer? Engländer oder was? Holland Es lenkt links oder rechts? Guck mal kurz Ne? Wie? Jetzt noch eine Feuerwehr. Ja, warum nicht? Wir haben hier hinaus. No, ziemlich wichtig. 100 Grad Schleswig-Hilber WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR